Hallo und hier sind wir jetzt wieder. Ich bin im Bauernhaus und das tut nix zur Sache. Ah hier muss neue Kohle rein in den Ofen für das Schweinefleisch. Stibitz dich mal tief hier Kohle hier. Du die dahin. Gut wo war ich jetzt gerade bei eigentlich? Das haben wir jetzt eben schon wieder in der kurzen Zeit vergessen. Ja ich habe das hier abgeerntet. So. Nee. Ich habe eine Idee für den Turm. Okay warte ich komme gleich. Gut. Aber ich muss noch mal weg gehen. Ja. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Was wollt ihr noch hier irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ah doch die Seeds müssen noch weg. So. Seeds kommen in die Kiste. So. Voll viele Seeds haben wir. Gut. Und dann kommt hier mit zu. Wir packen hier hin. Okay. Gehe ich mal in mein Haus. Lade da so ein paar Sachen ab. Und so weiter. Äh sortiere mein Inventar und alles. Machen wir vielleicht neue Werkzeuge. Muss ich mal gucken. Ja. Machen wir uns dann schon bald wieder dann an den Turm ran. Hm. Also. Runflash zu runflash. Ich habe wohl viele Faden. Faden? Ja. Wie viel? Zwei Stacks und acht. Hm. Was ist das? Hm. Ganz schön viel ist das. Ja. Das stimmt. Wir haben ganz viele Sachen. Also ganz viele Nessarex im Nessar gelassen. Egal. So. Die Erde tu ich hier mal hin. Ne. Da hin. Leitern. Einen Stab habe ich. Ich mache mir mal neue Werkzeugchen. Zögchen. Ich gehe mal zum Turm. Ja. Mache das mal. Und mach das da schon mal. Fertig. Ey. Nicht alles fertig machen. Nicht alles. Hm. So. Eure neue Spitzhacken. Eins. Äh. Es wird nach. Oh. Neue Schaufel. Neue Schaufel. Äh. Es wird nach. Dann jetzt nochmal neue Axt. Axt. Wie steht das hier hin? Nehme ich nochmal ein bisschen was mit. Und dann fahre ich gleich nochmal zum Laborator. Laboratorium. Um. Nehme ich dazu. Abzuladen. Und dann lege ich mich jetzt mal ins Bett. Gute Nacht. Willst du schon schlafen? Ich komme ja schon. Du musst noch ein bisschen warten. Die Zeit. Also. Abwarten. Die läuft nämlich weiter auch. Kannst du nicht mehr reden? Du kannst nicht warten. Jetzt. Jawohl. Endlich. Jetzt. Äh. Jawohl. Äh. Oh. Okay. Ich. Schnapp mir mal kurz. Mein Mindcard. Mach ne. Mach ne. Mach ne. Abstecher ins Laboratorium. Laboratorium. Ja. Ja. Hm. Gut. Hier mal hin. Zip. Knopf. Geniale Konstruktion. So. Ja. Labor. Was ist denn hier passiert? Hä? Diese verkackten Pissender Pisser. Oder? War alles überhaupt ein verkackter Pissender Pisser? Was denn? Hier fehlt auf einmal ein Block und hier kommt Wasser rein In den Tunnel Das kann aber kein Enderman gewesen sein, oder? Ne, eben, ne Hier drin sind ja eigentlich auch keine in der Regel Holz Ja, hier ist ja überlegt Ja, außerdem spawnen hier glaube ich noch nicht mal welche Auf der Höhe Mann! Jetzt muss ich die Meinungsstrecke hier reparieren Verdammte Kacke Wie ist das denn passiert? Shit Mann Auf einmal ist hier alles kaputt Da hat sich hier bestimmt jemand hier auf den Server rauf gehackt Auf den Hamachi Server für die Leute, die das interessiert Weil dieser Let's Play Server ist ein Hamachi Server Da haben wir schon öfter mal Leute nachgefragt Mann Warum machst du jetzt die oberen weg? Ich hab extra die unteren weggemacht Du behinderst mich hier bei meiner Arbeit Hau doch ab Oh, okay Okay, ich hab's weg Ich hab das hier extra ausgedacht und auf einmal kommst du und machst da einfach die Blöcke weg, die da bleiben sollten Ohne mal nachzupragen Ja, die soll helfen Ja, aber nicht, dass da Wasser reinbricht Das wollte ich doch so machen, dass kein Wasser reinbricht Okay, okay Mache ich hier ganz dreist mal einfach mal Holz an Zack Ich mach das jetzt einfach, ich find das sieht ganz gut aus hier einfach mal so So Und guti ist Hier ist noch Lehm, aber der ist jetzt gerade mal egal Huh, tu ich das jetzt zusammen Äh, was hab ich jetzt gerade Hier Glasblock rein Dann kommt der jetzt auch mal weg Kommt der Da Und jetzt ist hier wieder was kaputt gegangen Ah, nee Ja, Glück gehabt Außer hier unten Aber das ist nicht ganz so schlimm Das wäre eine Katastrophe gewesen, ey So Hier kommt der Redstone-Fackel hin Hier so eine Beschleunigungsschiene Dann Was, warum lachst du? Nix, nix, nix Und hier Nee Ey, mir fehlt eine Redstone-Fackel Achso Jawohl, die hab ich Die wollte ich dir gerade geben, aber ich hab dich behindert Nö, doch nicht, mir fällt doch keiner Fällt gar keiner Was hast du gesagt, um mich zu ärgern Ah, ich hab dich geschaut Okay Vier Fackeln Und hier ne, äh Antriebsschiene So nennt sich das auf Deutsch jetzt So Eins, zwei Eins, zwei Ja, gut, okay Das reicht dann auch Das müssen ja mindestens drei Abstand sein Zumindest war das früher so Okay Hier, hier oben fehlt aber auch noch eine Redstone-Fackel So Ach nee, die hab ich ja hier auch immer im Inventar Hamme Äh, check die hier in die Ecke Zwei Drei So Und hier muss wieder ne Antriebsschiene hin Ich muss mir dann gleich nochmal ein paar neue kräften Und den Boden hier Komm, wenn wir schon mal dabei sind Mach ich's einfach jetzt Mach man ruhig Mist Hätt ich vielleicht auch ein Cobblestone mitnehmen Sollen, weil mit zwei Cobblestone kommt man nicht so weit Ja, dann lauf ich jetzt schnell zurück Mach ich hier grad jemanden bisschen hübsch Weil Das war ja dann am Ende Haben wir ja schon ziemlich lange dann gearbeitet hier dran Das war ja ein ziemlich großes Projekt Haben ziemlich lange an einer Baustelle gearbeitet Deswegen Habe ich dann noch nicht nachher auch ein bisschen beeilt Und deswegen kann ich jetzt hier nochmal ein bisschen nachbessern Das ist ja halt so wild Ich hoffe, ihr verzeiht das Aber Wenn nicht, dann Habt ihr Pech gehabt Nein, aber Ist eben so jetzt Wie es ist Also doch Gut, dann kräfte ich mir ja kurz neue Ah ja Also nicht So Und in der Mitte kommt die Mach ich mir mal 32 Und Hier Mach ich mir mal nur Redstone Mann Sollten sechs ja reichen Ich hab ja auch noch welche Also sieben Oder mach ich mir noch gleich mal ein paar Redstone Fackeln Weil die brauch ich ja auch noch Mann ey Ein ungeahnter Zwischenfall Und wieder zurück zur Baustelle Die einfach so von alleine gekommen ist Ey Ja Hier nix, hier nix Ist da an der Baustelle Ohne irgendwie vorher was Äh Dass man's weiß oder so Die muss weg Sammle ich gleich ein So Und ich hab Copystone vergessen Nochmal zurück Mann Ey, das ist jetzt grad ein bisschen scheiße Aber dafür hab ich jetzt die Redstone Fackel eingesammelt Redstone Fackel Redstone wurde nämlich nicht übersetzt Aber ich glaub das hab ich schon mal in der Meinung gejuckt Ha Weil das ist ja so ein Eigenname Man kann's auch direkt übersetzen glaub ich Aber das ist jetzt nicht so Das Genau Cobblestone Nicht, dass ich es wieder vergessen Haben wir überhaupt Cobblestone? Ja 34 Ich nehm mal Cobblestone Zur Not Zur Sicherheit nehm ich hier nochmal Gummibären Hüpfen hier und dort und überall Das sind die Gummibären Nein Sie sind für dich da wenn du sie brauchst Das sind die Gummibären Das sind die Gummibären Das sind die Gummibären Das sind die Gummibären Das sind wir Nein wir sind die Gummibären Wir haben aber so einen komischen Trank Woraus wurde er nochmal hergestellt? Ähm Aus diesen komischen Trauben Aus diesen komischen bunten Bären genau Ja und die haben aber Bären gesammelt Ja Ah nett Ah da ist Nein Hier Und hier Kann ich auch Mach ich doch So Hier und hier weg So Oder mach ich den direkt da auch nochmal kurz weg Weil das sieht ja eher weniger schön aus So So Nein Gut Gut Hier 1 2 3 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 Gut De pass Jetzt auch hier kurz die Hürde zum Facken anbringen Mano Muss das sein Was Du stand da gerade und ich bin angefahren gekommen und dann Ey das hab ich gerade gemerkt Cool Ja das muss sein Oh das ist ja Glas Das hab ich eben erst hingemacht Aber so sieht es besser aus So So Gut So weit So gut Ich bin schon das dritte Mal Ich bin so böse Ich will da hinfahren Ja Stimmt Ah du kommst immer an Ständig Und siehst du erfahrungsvoll aus Mann Drum ist Wasser Nein Mann Es geht doch nicht An Oh Ich bin so Nein Nein Das war nicht meine Schuld Nein Nein Heute nicht 2 3 Ich liebe es wenn das passiert So Er wird so ein Facken hier hin So Ah hier ist sogar noch einer So 2 3 1 2 3 Hä Achso Ja 3 Ah das war wieder der Timer Hm Ja was war schon wieder mit dem Part hier 1 2 3 Ich hab keine Beschleidigung entschieden mehr Hast du welche Eingesammelt vielleicht Mh mh Oh jetzt muss ich mich schon wieder neue bauen Sowas Mann Hä Also die kann doch nicht Ja da gehen auch wohl welche kaputt bei anscheinend Muss ja Ja gut okay im nächsten Part machen wir da weiter hier mit dieser mit der Reparatur Das tut mir leid dass sich das jetzt so ein bisschen hinzieht Aber ungewollt wir wollen das gar nicht Also und so weiter alles Ne Und gefällt dir alles oder gibt es irgendwas Und Ja Tut mir leid und Im nächsten Part geht es da weiter Ich versuche mich kurz zu fassen Also Ich wünsche euch was Feines was Handfestes ohne viel Schnickschnack Bis zum nächsten Part und Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Tschüss.